Karin, was sind deine Aufgaben hier in der SIGA? Meine Aufgaben in der SIGA sind die ganze Gastro-Logistik. Ich liefere die ganzen Bahren, zum Teil noch im Zelt oder im Eventzelt Aufgaben übernehmen. Das heisst, die verschiedenen Anlass koordinieren. Und jetzt in der Vorbereitung, was ist jetzt in den letzten Wochen zu tun für dich? Also das sind die Abmachungen, was wird weiterverrechnet. Also ich kaufe eigentlich Getränke und dann weiterverrechne. Dann sind gewisse Events, die ich organisieren muss. Zum Beispiel eine Brunch für 1300 Leute. Es sind einfach verschiedene Aufgaben, die anfallen. Die grössten Herausforderungen? Dass ich alles habe, dass ich niemand vergisse. Dass wir von Ort, weil wir alles hantransportieren müssen, ist es natürlich nicht gar so einfach. Man muss schauen, dass man an Wäschmaschinen herum hat. Man muss schauen, dass gewisse, für die Aperitiven gewisse Sachen herum sind. Also das sind einfach so verschiedene. Und auf was freust du dich am meisten an der Siga? Auf den Team-Spirit. Das ist etwas, das einfach einmalig ist an der Siga. Also wir haben ein super Team. Das muss man wirklich sagen. Auch die in den Baren, die zusammen spielen. Also es ist wirklich toll. Es ist einfach einmalig. Von daher ist es cool. Markus, ein totaler Shockey-Job für dich als Marketingleiter. Nimm mich an. Die Siga ist ein Shockey-Job. Ja. Das sagst du jetzt. Jawohl. Bei all diesen Events. Also wenn alles einmal läuft, dann ist es toll. Aber Fahrer gibt es natürlich schon zu tun. Und momentan steht da noch ein wenig im Sumpf. Aber das kommt noch. Nimm mich an. Ja natürlich. Das ist der Petrus, der noch ein bisschen Sumpf gebracht hat. Das war jedes Jahr. Wir hatten schon Schnee, wir hatten schon Sturm, wo das Zelt abgebrochen hat. Aber jetzt kommt es gut. Die nächsten paar Wochen. Auf jeden Fall. Was bringt denn Siga für die Region? Also Siga ist natürlich für die Region ganz ein wichtiger Anlass. Erstens für die ganzen Aussteller, weil die 75 Prozent kommen ja aus der Region. Und dann ist das natürlich auch wert. Der Messe ist die ganze Region hier an der Siga. Für dich? Was für eine Vorbereitung? Also das ist natürlich die ganze Werbekampagne, die wir jetzt machen müssen. Dass die Leute das auch wissen. Dass auch wissen, was für Anlässe das sind. Was für Unterhaltungen das ist. Das ist die ganze Palette, die wir jetzt in Angriff nehmen. Gibt es für dich auch Highlights? Highlights sind natürlich die eigenen Anlässe, die wir haben. Siga Ladies Day, Forum, aber neu die Sportarena. Die ist ganz neu. Und der Seniorentag. Der ist natürlich immer ein Highlight, weil da kommen alle Senioren aus der Region. Da ist das Zelt dann pumpenvoll. Gibt es auch Verknüpfungen? Sporttage und Senioren. Kommt Maitha Nadig wieder? Nein, Maitha Nadig kommt das ja nicht. Die war letztes Mal dabei. Also das Mal haben wir andere Sportlerinnen und Sportler. Zum Beispiel Karl Freesner. Der ist aus der Zeit der Maitha Nadig der ehemalige Nationaltrainer. Auch ein Österreicher hier in der Siga. Wie ist denn die Besucherschaft in der Siga? Können sie auch von weit her? Von Arlberg, sogar im süddeutschen Raum? Oder welchen Ruf hat Siga hier? Ist es vor allem regional? Der Siga ist vor allem regional. Wir haben aber natürlich neben unserem ganzen Land auch viele Leute aus dem Werdenberg, Liechtenstein, Reittal, Bündner Herrschaft, die auch an die Siga kommen. Ja, geschätzte Medien, Schaffende, geschätzte Gäste, Partner, Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Spatenstich der Siga. Sie sehen, es ist nicht der erste Spaten, der hier läuft. Es ist schon einiges los auf dem Gelände, dass man dann bereit ist zur Siga-Eröffnung. Die genauen Informationen kommen Sie jetzt über. Einerseits zuerst vom Verwaltungsratspräsidenten der Siga AG, von Markus Oppliger und nachher vom Messeleiter Jörg Stopp, der informieren, wie der aktuell Stand ist. So einen guten Monat vor der Messe. Hier hinter mir entsteht eine Zeltstadt von irgendwo rund 12'000 m2. Das gibt wieder eine ganz angenehme und schöne Geschichte. Wahrscheinlich ist das auch in den Vorgesprächen unter uns schon thematisiert worden. Für uns wäre es natürlich wirklich schön, wenn man auf dem Platz mal einen befestigten Untergrund haben könnte, wo man dann angenehmer bauen könnte. Aber das ist jetzt leider nicht so. Wir wissen, dass rund 350 Aussteller und Partner werden ihre Dienstleistungen an der Messe zeigen. Glücklicherweise waren wir bereits im Januar ausverkauft. Das durften wir auch schon mitteilen. Eine ganz wichtige Säule, und da darf ich auch einige, die hier drin sitzen, ansprechen, sind natürlich unsere Sponsoren und Partner. Ohne diese könnte man so ein grosses Unterfangen, wie die Siga-Messe mittlerweile ist, gerne nicht machen. Ich möchte anfangen mit unserer Messepartnerin die St. Galler Kantonalbank, die uns schon seit vielen Jahren unterstützt. Dann haben wir drei Hauptsponsoren. Zwei davon sind heute unter uns. Das ist einmal die Käppeli, die für den Aufbau eine grosse Rolle spielt. und die Lehnerakustik, die die ganze Wendtechnik für uns umsetzt. Und last but not least, sind wir natürlich auch angewiesen auf Medienpartner, die uns da unterstützen, ihn bekannt machen und im Verstreuen von ganz positiven Elementen der Siga. Und dafür auch euch ganz herzlichen Dank. Markus Obliger sagte, wir sind ausgebucht, wir haben von den Plänen her alles bereit. Und wir haben letzte Woche, genau vor einer Woche, im Schneefall, im Schneegestöber hat das Team vom Bürokreisvorsorgans millimetergenau all diese Zelt eingemessen, all diese wichtigen Punkte eingemessen. Wunderbar hat das geklappt. Am Nachmittag hat es schon die Sonne geschonen, der Schnee war weg gewesen. Man hat aber deutlich gesehen, mit diesen kleinen Holzpflöckchen, woher kommt das Ganze. Und man hat vor allem mal gesehen, wie das hier auf dieser grossen Weise wirken tut, welche Dimensionen das alles bekommen wird. Sechs Zelthallen bauen heisst, das ist eine riesige Materialmenge. Das sind spezialisierte Montageteams. Hier sitzt jeder Handgriff. Es wird sehr viel gemacht für Arbeitssicherheit. Wir können nicht mehr gewisse Montagearbeiten einfach so machen. Das ist verboten und ist auch recht so. Sondern es muss wirklich ganz strikt darauf geschaut werden, dass bei diesen Montagearbeiten immer mehrere Personen sich gegenseitig schützen und dass das so unfallfrei passieren kann. Die letzte Woche hat es in sich gehabt. Das war bereits eine grosse Herausforderung. Wir hatten alles. Wir hatten Starkwind. Starkwind heisst, das ist nicht möglich. Aber eine gewisse Windstärke, wie wir es heute anschauen können, die Zeltplanen einzuziehen. Heute ist ein ruhiger Tag. Heute haben wir angefangen, mit Zeltplanen einzuziehen. Sehr schwierig war jetzt diese Woche der Starkregen. Vor der Ostern ist unser Ziel, zwei Zelthallen aufgebaut zu haben, zugemacht zu haben und eigentlich auch so geschützt, dass Richtung Ostern wegen Schnee nichts passieren kann. Nach einer Woche, als wir hier sind, geht es auch heute Morgen mir so, dass ich sagen muss, wenn wir hier in Mels an diesem Standort mal einen festen Messeplatz haben, einen festen Kiesplatz, nicht mehr und nicht weniger, wäre das für uns wirklich ein Segen. Es wäre das Schönste, die wir uns endlich wünschen könnten. Es ist unter diesen Bedingungen hier, einfach auf einer Wiese, ist das Ganze sehr, sehr schwer, sehr, sehr aufwendig. Ich möchte bei dieser Gelegenheit unseren zwei neuen, jungen Bauchefs, Andi Bührer und Stefan Ackermann, Steffi, herzlich danken für die letzte Woche, für ihren Einsatz, für sich das Eindenken in die Materie, für eben merken, dass wir eine lustige Baustelle sind. Einerseits hat es jeden Tag immer eine neue Herausforderung. Die ZIGA verbaut etwa eine Million Franken hier. die geht wieder irgendwo in unser Gewerbe rein, im Wesentlichen, aber es ist ein beachtlicher Betrag, den wir als Messe brauchen, um die Infrastruktur aufzubauen. So, jetzt danke dem Team Infrastruktur, allen zusammen, hoffen auf eine unfallfreie Zeit und die 45'000 Messebesucherinnen und Messebesucher, das sind den Lohn für unsere Arbeit, die wir jetzt hier in die Infrastruktur rein stecken. Das Ganze wird sehr spannend, wie das laufen wird. gut. Herzlich willkommen, wir sind auf dem SIGA-Gelände, wir sind an der Aufbauarbeiten für die ZIGA 2023. Hinter uns sehen wir die Halle der Gastgemeinde Flums, 1250 Quadratmeter, wo Flums belegen tut. Die aktuelle Phase ist das Einzüchern von Zeltplamen, das Befestigen des Zeltes, und heute Nachmittag werden wir anfangen, Böden in das Zelt und die Wände schliessen, so dass wir ein stabiles, wetterfestes Flumser-Gastgemeind-Selt haben. Danke. Also, die Baugeschichten, was ist denn noch wichtig bei diesen Verhältnissen in Sachen Bau? Wichtig ist, dass man sicher mal trockenes Wetter überkommt, dass man mal ein, zwei Tage das Erdreich abtrocknen kann, dass wir das mit der Maschine befahren können, weil jetzt ist es unmöglich, nach so einer langen Regenzeit, dass wir überhaupt mit der Piste starten können. Weil die Lastwäge, die reinfahren, das gibt natürlich viel Gewicht und das verschlammert uns alles. Also, jetzt ist es so nicht möglich, dass wir hier starten können. Was sind denn deine Aufgaben jetzt in dem ganzen Baubereich? Meine Aufgabe ist, ich bin Bauchef Tiefbau. Wir haben die ganze Erschliessung von Infrastruktur, alle Leitungen, Leerrohr, Baupissen und Zufahrten, die wir schüttet, die ganze Umzäunung, das ist eigentlich unsere Aufgabe, die wir jetzt haben, ja. Und hast du auch einen Fahrplan, einen Zeitplan? Wie sieht der aus? Ja, wir haben natürlich alles vom Jürg terminiert. Wir haben hier einen Zeitplan. Nachdem arbeiten wir. Aber jetzt bei dem Wetter weicht das natürlich stark ab. Das geht natürlich nur bei guten Witterungen. Und jetzt sind wir eigentlich im Zeitplan leicht hintendrei mit diesen Pisten. Heute wollten wir starten und jetzt müssen wir zwei Tage mal besseres Wetter hoffen. Ja. 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 Ja.